Jo, hallo! Wir sind jetzt wieder genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und jetzt muss ich hoffentlich schnell reagieren. Wir sind mitten in der, äh, wie heißt's? Kaserne war's, glaub ich. Oder, nein, der Turm der Märtyrer. Kaserne haben wir das letzte Mal abgeschlossen. Im Territorium des Jägers. Und wir fliegen uns hier gerade in Wolf. Davon ist er schon. Falle. Na toll. Ansonsten klebt hier alles voller Dunkelheit. Okay. Ich dachte, wir werden eigentlich hoch und nicht runter. Oh. Ach du Kacke. Also wenn das, wenn das nicht Dunkelheit verseucht ist, dann weiß ich auch nicht mehr. In diese Richtung. Okay, weiter. Allerdings bei Ormas Licht. Wäre richtig. Jo. Ich hab übrigens, ich weiß nicht, ob ich's gesagt habe, irgendwann mal. Letzte Episode ist jetzt schon ziemlich lange her. Und guck ich eigentlich auf die Karte, ich... Das ist jetzt mal eine Leidshow. Oh, was. Da ist Illika immun gegen Dunkelheit ist. Okay, äh, darüber oder... Ja, darüber. Ich zieh keine andere Möglichkeit. Ähm, okay, und wie jetzt? Ich glaub, da müssen wir... Da kommt schon ein Prinz. Ah, jetzt kommst du zum Bosskampf. Nö, wisst ihr schon, wie's abläuft? Und wie's ausgehen wird? Ich hasse diesen Modus. Scheiße. Danke, Illika. Das hab ich auch schon gemerkt. Das hab ich auch schon gemerkt. Mist! Verklickt! Ich glaube, ich muss wieder die Steuerung... Steuerung definieren... Und greifen... Da fühle ich mich ein bisschen komfortabler, wenn ich es so mache. Ich habe doch gerade eben... Ich habe doch gerade eben... Wenn das mir nicht fett abgezogen hat... Ja! Ja! Und... Mein... Nenn... Lieblings-Combo! Die werden immer stärker, fähle ich das schon auf. Am Anfang hat er nicht so viel ausgehalten. Oh oh! Das war jetzt blöd. Stirb! Was sehe ich, du Stück Dunkelheit! Wer ist jetzt der Jäger? Bitte, Prinz, hab nicht immer so eine große Klappe! Wo muss ich jetzt hin? Da wahrscheinlich... Hier! Wann muss der Kerl immer so eine große Klappe haben? Wann muss der Kerl immer so eine große Klappe haben? Mann, ist das schlimm hier mit Dunkelheit! Okay... Ich glaube, das bringt mich nicht weiter. Ich muss den ganzen Raum jetzt ein bisschen erkunden. Okay, ich muss jetzt hier irgendwie raus. Wir sehen. Das bringt mir überhaupt nichts. Hm, also, äh, ah ja, okay. Ah, da vorne hoch. Jetzt wahrscheinlich hier rüber. Nach da oben. Wir müssen einen Weg zu dieser Kraftplatte finden. Scheiß Dunkelheit. Okay. Weg zu dieser Kraftplatte. Ich glaube, der ist hier. Weiter rüber. Weil es nicht so einfach wie das letzte Level. Okay, ähm. Uua. Okay, nochmal. Ich glaube, ich muss jetzt hier rüber. Ja. Und Hof. Hilfe. Kein Problem. Hopp und hopp nochmal. Vielleicht landen wir doch nicht in der Trophäensammlung des Jägers. Heilen wir dieses Gebiet. Ja, schnell heilen. Jo. Ich glaube, das war's. Ja. Ich glaube, das gefällt dir nicht, was? Das ist? Hm. Das Land ist geheilt. Wir müssen weiter. Aha. Warum seid ihr denn so kratzbürstig? Ihr habt das genossen. Dem Ding eine Lektion zu erteilen? Rache für die Menschen zu nehmen, die es umbrachte? Ja. Ich hab's genossen. Und ihr habt das ebenso genossen. Keine Sorge, Prinzessin. Ihr seid immer noch gut genug für uns beide. Genau. Und mit euch als Maßstab macht mich das zu einer Heiligen. Ich habe alten Damen vom Markt nach Hause geholfen. Wenn sie attraktive Töchter hatten? Ja. Denen halte ich dann später. Naja, ich sag dann mal wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal.